Perzoni beeindruckende Leistung heute gegen Cissé, von dem haben wir nichts gesehen. So, jetzt Bartz gegen Podolski. Vorteil Podolski! Ist das ein Tor? Ist das ein neues Tor? Lukas Podolski, das 1 zu 0. Na, und den musste ich jetzt erstmal einfangen. So ein Tor, liebe Zuschauer, macht den Köln genau einer. Und der heißt Lukas Podolski. Der hat es genau gesehen.